Was ist Ihnen lieber? Das Original, ein Aquarell oder die billige Kopie? Also ich glaube, ich müsste nicht lange überlegen, was mir da lieber ist. Natürlich das Original mit seinen Farben, mit seiner Wertigkeit. Und dann das Besondere, es hat jemand für mich gemacht. Ich habe sogar eine Widmung drauf. Also etwas ganz Individuelles. Ja, Original oder die Kopie? Ich glaube, das ist ein schönes Gleichnis für uns Menschen. Wer sind wir denn? Wer bin ich? Wer ist mein Gegenüber? Wer sind wir? Hier, die Bibel gibt eine tolle Antwort. Eine Antwort, die aufbaut. Eine Antwort, die den Menschen groß macht und auch den neben mir groß macht. Da heißt es, wir sind Bilder Gottes. Was Besonderes, was Einmaliges, was Besonderes. Ja, und jeder von uns hat eine Widmung drauf bekommen von Gott. Wo es heißt, du bist kostbar, du bist wertvoll, du bist was Besonderes. Nicht nur ich, die Menschen um mich herum, wir alle. Eine wunderbare Botschaft. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Alles Gute. 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 Alles Gute.